Ja, willkommen zurück zu Dengg's Prophet, hier ist euer LT Rusty Karl und wir sind mitten in der Inni. Ich bin, ich Held bin eben schon gestorben, deswegen haben, wussten wir die Aufnahmen leider stoppen. Ähm, beziehungsweise das Spiel wollte nicht mehr so wie ich das wollte. Deswegen, ich werde jetzt nicht klar nicht mehr drauf schießen, ich werde jetzt einfach nur zugucken. Beziehungsweise ab und zu mal ein, zwei Schüsschen abliefern. Aber sonst werde ich das ganz schön bleiben lassen. Ich werde immer F6 drücken, einfach aus Gier. Du Geier. Ja, und willkommen heiße ich, dann hört man ja auch den Phoenix, den Fox und den Cheater. Wobei beim Fox, muss man ja sagen, er ist nur zu Gast hier, der hört sich um ein bisschen das MMO an. Jo, keiner sagt was. Ja, man kann's eben nicht erklären, man muss das wirklich miterleben. Sonst lernst du das Spiel nicht. Ich hatte das Spiel hier schon mal, so ist es ja nicht. Ich guck jetzt gerade mal, was ich so rausschmeißen kann, was vielleicht nichts wert ist. Das hier zum Beispiel, das kann ich rausschmeißen, ist nur ein Gold wert. 16 Gold ist nichts wert, kann weg. Ein Gold kann weg. Alles Müll, was halt unter, unter 100 Gold weg ist, kann weg. Was denn? Äh, jemand Interesse am grünen Drachenei? Ob ich die ganze Zeit im Inventar brauche ich nicht. Grünes? Ja, ich habe vier Stück dabei. Ja, dann gib mir mal. Ein Drachenei nehme ich gerne. Ja. Äh, für nichts, das Drachenei, was ich dir geschickt habe, hast du bekommen? Ja, jetzt ist es schon am Brüten. Okay. Und sechs dann abgelehnt, glaube ich. Boah, komm. Das konnte ich gerade nicht, weil gerade in der Tasche drin ist, nochmal. Ähm, das Ziel ist beschäftigt. What the fuck? Ja, dann machen wir es nach der Indie. Äh, besser. Ach so, Indie könnt ihr nicht handeln, ne? Äh, hätte es auch vorher sagen können. Ich habe gedacht, du schickst mir jetzt eine Post, das kannst du auch so machen. Äh, muss ich da nicht zum Briefkasten rennen? Wenn du Objekte schickst, ah, er wollte ja die Eier abschicken, doch stimmt. Briefkasten. Wer kann ich dir so schicken? Ich freue mich schon auf meinen Epik-Drachen. Ich auch. Ich auch in sieben Tagen. Du hast nur sieben Tage. Ja. Was? Und krieg auch nur Epik-Drachen. Ja, ich habe in vier Tagen endlich rausgebrütet. Äh, also Rusty, das beim Brüten beschleunigen, ne? Ja. Äh, das muss halt in der Hauptschnitt, wo wir halt am Anfang waren, äh, da ist so bei dem Teleporter-Typ, der, bei dem Drachen, ist noch so ein weiterer Typ, der heißt irgendwie Drachen-Nest-Teleporter oder so. Da muss zu dem hin. Dann, äh, bei dem Inkubationstypen halt auf Drachen erwählen, äh, halten, auswählen. Äh, dann halt im Chat nachfragen, ob die den Drachen-Eifers sorgen, dann geht's zu schneller. Ich habe nur mit einem Tag überbrückt. Okay. Äh, jetzt müsst ihr schwimmen, ne? Nein, ich kann nicht schwimmen. Der säuft jetzt. Man sieht vor allem nur die Unterhose drunter. Irgendwas Wasser. Oh, da ist der Boss, oder? Ja. Nihols Brut. Ihr werdet gleich sehen, ey, haut euch bestimmt beiden gleich recht aufs Mord. Nee, ich verstecke mich hier hinter. Kannst ja im Wasser rumschwimmen. Da kriegst du zwar keinen Nix-P, aber... So, klar. Nein, wenn du hier im Wasser drin bist, nicht. Okay. Das zählt nicht mehr als Gebiet von dem Drachen. Hier, wo ich stehe, zählt auch schon nicht mehr. Da, wo der Drach steht, äh, ist kritisch. Dann stelle ich mich einfach hier vorne hin. Vor allen Dingen, das ist die richtige Uni für Gothic. Na, ich bin so ein paar Level steigen. Nee, das ist die kriegst du mit Level 31, die Uni. Okay. Wie ich das hasse. Komm, wir haben aufgenommen schon 11 vor Zeit Nachrichten. Dann viel Spaß. Ich schläft einfach mal. So, jetzt halte ich mich zurück. Ich hab meinen Drachen drauf geschickt. Das reicht. Na, mein Drache ist noch tot. Ich hab's ja noch... Wow. Zweiten, aber... Ist er tot? Äh, ich? Na. Ja, mein Drache. Na, finde ich... Dein Trauer kann sein. Ein Trauer steht da. Rack nicht getroffen. Oh, ist schon tot. Ja, was gibt es? Eiskristallkern, was ist das denn? Äh, ja. Das ist... Leichte Rüstung, könnte ich gebrauchen. Aber wobei... Ja. Ja, das war die Indie? Das war die Indie. Es geht... Wenn wir es schaffen, könnten wir gleich noch eine machen. Ja, wir können noch eine hinterher erledigen. Ja. Ja, die ist ein bisschen noch... Doch ein bisschen weiter. Ja, dann würde ich sagen, ähm, lass uns erst die Taschen leer machen und dann, ähm... Inni. Zur Inni. Und dann haben wir es geschafft. Ja, auf dem Weg ist eh eine Stadt. Ja. Das ist doch schon mal hilfreich. Dann machen wir halt ein paar Minütchen länger Folge. Ist ja auch nicht so schlimm. Ähm... Ein paar Minütchen. Phoenix rennt ja zu dem Boss, wo er vorhin mal verkackt hat. Och, nein. Nein, nein, nein. Das ist so deprimierend. Das ist... echt deprimierend. Der... Nee, zu dem Boss gehe ich nicht mehr. Da müsst ihr auch noch durch. Ich hoffe, dass du ihn geschafft hast, oder was? Ich? Ja. Ich hab ihn geschafft. Alleine. Nein, mit acht, mit vier anderen Leuten. So, wo muss ich jetzt hin? Äh, einmal über die... Könnt ihr mir mal folgen? Ja, wie denn? Äh, ich folge dir gerade. Ich versuche aufzuhören. Ihr müsst über den Berg fliegen. Naja, ich stehe hier auf der Map. Ich hab nur gesehen, wie du weggeflogen bist. Nein, du stehst drüber in der Luft. Ja, ich warte doch. Ja, wir stehen doch hier. Oh, da, da, da. Oh. Tchalalalala. Tchalalala in der Morning. Folgend, ihr wisst es jetzt. Ich muss ja mit meinem Level durch meine Inni. Durch eine 45er Inni. Okay. Und ich krieg... Bei dem ersten Feed krieg ich direkt aufs Maul. Ja. Äh, ich falle gerade aufm Boden. Naja, das kann ich auch. Musst aufpassen. Äh, wollen wir mal kurz ein Event starten? Wieso? Was kriegt man dafür? Hey, guck mal, guck mal, was da steht. Ja, keine Ahnung, es steht bei mir gar nichts. Den hier töten, oder was? Hä? Ja. Ich bin fast tot. Ich liebe das. Jetzt lieg ich aufm Boden. Ja, du liegst allein. Ja, jetzt mein Chill. Wo läuft der denn? Hallo. Ich hab mir einen One-Nit gekillt. Ja, natürlich. Also, ich fahre gleich zurück. Dann schau ich das gleich zu. Zack. So, was krieg ich jetzt dafür? Das. Geld. Was ist das? Amulett. Amulett? Kann ich nicht gebrauchen, das braucht viel nix, oder? Ja, ich brauch's auch nicht mehr. Äh, ich muss mal kurz weg, mein Telefonversicherung. Jojo. So, ähm. So, ich häng muss auf Felix und tanzen. Jetzt guck ich mal eben, ich hab jetzt hier tolle Sachen. Mal gucken. Ähm. Also, die kann ich ab 30 anziehen, die kann ich ab 33 anziehen und das ab 22. Das kann ich verkaufen, 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 verkaufen. So, wieder da. War ein schnelles Versiefungsgespräch. Äh, ne. Die wollten zu meiner Freundin. Die ist vor bis 18 Uhr ab. War steht seriös genug. Ja, bei den Versicherungen ist das doch meist so, dass sie die Frauen am Telefon haben möchten. Können sie besser verkaufen. Ich darf eh nachher wieder, ich darf bestimmt eh mit dem telefonieren. Wenigstens, ich glaub von deinem Level her könntest du schon bald Kobaltblitz fangen. Als du ihn haben willst. Was? Der andere haut auf die Nuss, also der haut raus. Weil der ist im Kampf besser. Ist das jetzt hier eine Stadt oder was? Ja, das ist eine Stadt. Okay, aber da zeig ich mir hier gar nichts an. Ah, okay, jetzt. Alter, leck die Stadt bei mir. Halleluja. Ja, ich hab auch gerade nur 20 FPS. Aber es ist bei meiner scheiß Grafikkarte im Moment. Äh, wo ist denn ihr Rüstungshändler? Ich will eigentlich was verkaufen hier. Gib mal was. Nur mal fertig hier. Are you an Osirah? So. Naja. Äh, Wusti, wenn ich dich daran erinnern darf, repariere auch deine Ausrüstung, ne? Ja. Ja, ja, ich repariere gleich. Ich will jetzt erstmal hier erstmal ganze scheiß Zeug hier verticken. Alles klar, ich fahr nach unten. Ah, Wusti, ich hab auch noch einen Bogen für dich, falls du es dann gleich abholen willst. Einen Bogen? Ja. Ich fahr nach unten. Ich mach jetzt erstmal hier meine komplette Tasche leer, weil... ...seelengebunden Items, irgendwelche Items sind da drinnen. Das kann weg. Zum Drachennest. Ah, stopp, stopp, stopp. So, wie kann ich meine Sachen denn reparieren? Macht das nicht automatisch? Äh, nein. Und in... ... am Shop steht, äh... ... ist so ein Hammer mit so einem... ... ja, ja, ich hab gerade gesehen... ...warte, jetzt pack ich da rein, das pack ich da rein, das pack ich da rein... ... das... ...ja, dann kannst du ja ausruch zwischen Ausrüstung, ähm... ...em Beutel und, ähm... ...ig du anhorst. Ok, warte, 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 so, also... ... äh, so, und dann... ... Rüstung Rucksack importieren, Ausrüstung... ... ausgerüstene Items. So, alles repariert So, wo muss ich jetzt hin? Beziehungsweise, beziehungsweise, wir machen jetzt hier einen Cut und melden uns wieder zurück, wenn es heißt Let's play, Dragons Prophet, tschüssi